Sehr geehrte Gäste, ein Tag süßes Willkommen heute zum Muttertag, zu unserem Spangelessen im Karitans-Sendierungzentrum Haus am See. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns wieder einmal geehrt haben. Die Spangel ist jetzt gestiegen, so in der letzten halben Stunde bis auf die letzte Minute. Ich habe gewartet, dass der Spargel ganz fisch aus der Küche kommt, um das Tüfeet zu eröffnen. Aber es ist heute nicht nur Muttertag, also Grüße und Ehranbietung an die Mutter, sondern heute ist noch ein ganz besonderer Tag, den wir im Haus am See auch ehren und achten wollen. Es ist heute der internationale Tag der Pflege auch. Und für diesen internationalen Tag der Pflege würde ich Sie teilweise als Angehörige, teilweise aber auch als Bewohner, auffordern wollen, mit uns 60 Sekunden für die Kolleginnen, die diesen Dienst, diesen pflegerischen Dienst tun, zu applaudieren. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Die Frau Frank wird das Filmen und das Unterlagen ins Internet gesetzt. Und auf die Plätze, fertig, los! Applaus! 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 Applaus Applaus